Danke Jürgen. Du hast es gesagt, ein weiteres Saisonziel, das wir im Sommer 2013 verkündet haben, ist erreicht. Und aus dieser Runde gibt es bestimmt die eine oder andere Frage an beide Trainer. Ich bitte um rechtzeitiges Handzeichen. In die zweite Reihe, bitteschön. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, falls man das machen will, ich weiß, die Jungs müssen heim, aber ich muss mal für kleine Trainer. Falls jemand eine Frage hat, gerne, wenn nicht, dann einfach Schluss. Das Spiel hat für sich gesprochen. Also ich muss wirklich, sonst wird es unheimlich. War nicht für mich die Frage? Du kannst doch nochmal wiederkommen. Da, wo ich hin muss, da komme ich nicht mehr. Hatten wir auch noch nicht? Begrüßen Sie zur Pressekonferenz mit Dieter Hecking. Ja, gut. Ich muss noch nicht. Das ist schön und wir warten auf die Fragen.